Und das 2 zu 0 ist perfekt für die Grasshoppers. Allerdings offside verdächtig dieses Tor. Wilotic zeigt das auch an. Es gibtgeläber Punkt für die Schmerz. Man muss auchy aussehen, würde die Schmerz anтеbenieren. Andere sehen wir einfach jeden Unfall. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hoffentlich muss das nochmals abstehen, dann können wir es in der Moment um ein bisschen mehr verwenden. Wir liegen jetzt zu einem Atmedahl.